jo meine freunde willkommen zu einem neuen part von let's play survival games naja neuer part ist mein erster part heute spiele ich zusammen mit timo wohin gehen wir auf die brücke warte kurz mal wenn okay ich warte aber ich es geht bald los heute sollte ja eigentlich counterstrike global offensiv kommen aber ja nachdem ich ein partner mit dem ich das spielen kann heute spiele ich sogar games timo es geht gleich los ja ich bin schon wieder da tschuldigung für die unterbrechung auf die brücke und wenn ihr euch also ein tipp ist nein was mache ich ich bin ja komplett behindert so ein bimbo alter bist du tot nein irgendein bimbo hat mich geschlagen auf die brücke und nehme mir ein paar sachen mit frohe weihnachten obwohl es nicht weihnachten ist warte ich gehe jetzt einen sehr riskanten weg tschuldigung aber es muss sein es muss sein tut mir leid tut mir leid tut mir leid ich will dich nicht umbringen aber es muss sein ich habe so angst bei dem sprung alter also muss ich gar und so und durch aber das ist eine kiste habe ich gesehen ja mal wenn ich habe für dich schon meinen brustpanzer sehr nett danke bitte und ich habe ich habe ein bogen ich habe auch einen brustpanzer so ist ein bogen ja aber keine pfeile ich habe ich habe einen aus leder was in dem brustpanzer ja habe ich gerade eben gefunden das ist auch eine drohe ich glaube die ist schon lehrer ich glaube sicher die ist sicher schon ja wahrscheinlich habe ich sie schon gelootet 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 ach normale thron kann man auch öffnen ja was ist nie was drinnen also ich habe nur einen bogen wenn mich jemand angreift bin ich am arsch ich habe noch ganz weiter schwert gefunden aber ich bin dort wo man also wo noch keiner gewesen ist ich habe jetzt auch einen bogen ficken ich bin gerade ziemlich gefährlich unterwegs oh gott als mein erstes mal dass sie auf dieser map spiele nicht ja aber ich kenne sie von brocken sams spoiler spoiler was ist es überhaupt kein spoiler ja wie kommt man da wieder runter ich habe keine ahnung ich habe ein tier ich habe gold konnte ich habe ich habe ein steinschwert um nein so hat ju nicht schon wieder marvin jetzt muss ich wieder ins finale kommen und ja abarm ab in wir müssen das ist ja ein finales oder in der nächsten runde ich bin so nur bis gleich hier bin ich wieder team diesmal wieder geschafft in der letzten aufnahme die ich nicht hochgeladen habe weil ich werde sie auch nicht hochladen also ja weil bei uns war die quali nicht so schlecht wie heute war ich noch nie okay wir sehen uns in der nächsten runde bis gleich ja marvin games ja meine freunde willkommen zur zweiten runde von survival games es geht in 10 los ich gehe in die mitte ich auch drück strück wenn du nicht auf der 1.6 bist nee ich bin auf der 1.6 mist ich habe nicht so gute sachen ich habe nur eine hose achtung tnt folgst du mir bitte ich folge dir ich sehe dich komm den schnapp ich mir jetzt mit hand war wenn wir müssen müssen schnappen der dabei als rüstung das bringt nicht so ist erster sterben das hat kein sinn das hat keiner sehen lass es ich suche aber kisten ja ne passt ich bin der kiste dann hier war keine kiste warte was warum ist meine hose weg fick mein leben alter warum ich hatte eine hose jetzt habe ich nur essen super beste ausrüstung kann man weiter ja kann man kann jetzt mal ich suche nach tun während du weizen abbaust okay weil es ist nämlich auch wichtig okay hier war noch keiner kuchen das bringt mir ja kiste nichts besonderes shit und hier ich habe ich habe zwei stecks warzen ich habe meinen halben ich glaube wir brauchen nicht mehr weißt du wohnen werk mensch hätte es eine kiste ja ich habe schwer hier ist auch eine kiste aber ich kann sie nicht öffnen du hast sie das was sichert wo bist du im haus so da ich war schon drin kommen aus dass eine kiste übersehen was also in dem haus war ich nicht also ich bräuchte eine werkbench da könnten wir uns weizen als brote kraften ich habe schon hunger verloren ich auch man das lade der ist bei mir so spät ins dorf da ist ein dorf und das wasser und ich muss jetzt schon was er ist nur sonst timo ja bei mir bei dir ist manchmal der sonne so weg es hört sich schon als wärst du nicht mehr da er kann gut möglich sein warte ich gehe ins zählt sonst ich war ich weiß gerade im fach bin vorne ist ein spieler den hole ich mir also du hast den schock er hat aber auch ein schwert haben muss mir helfen warte ich habe mir angehen wo ist der er läuft gerade weg ja super man kann die sachen aus dem ding annehmen aus diesen frames da ich weiß gerade ein frames lassen sie nicht das sind glaube ich das andere das ist eine das war wenn ich habe dann ich habe ich habe mir doch nicht mehr geholt ja jetzt habe ich schon zwei bögen super und was macht mir eine geben ja ich habe aber auch ich habe einen fall gehe immer in die dinge die zelte wenn schneller da ist nichts alter war wenn ich brauche eine workbench ich auch ich habe schon drei hunger verloren der workbench gibt es am spawn soweit ich weiß nichts das ist schon leer hey marvin schau mal was ich habe ich habe ich habe das kuchen ich habe wieder volles hunger vollen hunger kommst du mit wir kommen hier mit hier her warte mal wenn ich habe uns sticks jetzt haben wir sticks ich bin ich mit dem boot gefahren und dann ist ein boot kaputt gegangen und ja woher weißt du das ich habe eine sapling cool bringt mir so viel mal wenn wir müssen uns bei einem bisschen kisten finden ja ich weiß ich gehe gerade einen ziemlich komplizierten weg aber ich denke ich werde da irgendwann kisten finden irgendwann dann oder es sieht nicht so ich darf den berg hinauf ich auch echt aber auf einer ziemlich blöden seite da ist nichts kommen wir müssen aber du bist auf der anderen seite vom berg da unten ist ein spieler schnapp in dir wie wo bist du auf welchem berg bist du siehst du mich nein aber ich bin jetzt ein spieler der schnapp im zelt drin was so du bist bei den holten der hat voll rüstung auch wenn ich drauf gehe ich habe ein bisschen angst was für mich zusammenbruch halt da kommt lieber nicht dass du und das so brauche ich nicht wo bist du ich sehe ich leider nicht deshalb hier folgt hat ein spieler ich will so kann ich dir auch nicht helfen wenn da ist sicher er ist im wasser nein das ist ein hühnchen der ist so weit weg ich brauche es was hündchen hündchen nein das fisch fisch jetzt ist er unter mir da ist das hündchen nein jetzt kommt ist da junge halbes herz bin tot du opfer ich hab's dir gesagt alter was bist du für nur ich mein spaß was machst du da mal wenn ja ich brauche essen also ich hier wirst du keins finden ich habe schon genug ich habe mir gerade ein hühnchen gebacken ich brauche ja truhen marvin auf diesem einem erdhügel bergwehr eine kiste wo witzig wird sich nicht auszahlen aber ich gehe trotzdem nein macht nein kommt zurück ich habe eine bessere idee gehe auf einem baum weil da ist auch eine kiste oben wo beim zelt kommt zurück warte ich gehe lieber hoch steht junge ich richtig keine ahnung der tp dich mal zu mir ich werde zu ablosen ja leute muss halt noch weiter hinauf ja doch welchen hügel auf dem hier wo ich stehe ja super nicht auf dem rechts der wenn die kiste leer ist fickt mein lieben die ist nicht leer glaube ich zumindest das kann nicht reinschauen da ist sie siehst du da geht weiter da sagt sie ist leer sie ist nicht ja wie soll es noch einmal im bogen ich hatte den bogen schon da ist eine kiste spring ins wasser das schaffe ich doch nie doch das schaffst du locker fick dich du bist ein missgeburt alter ich hasse dich kein kommentar das war schön ich weiß nicht soll ich ein kart machen oder soll ich aufhören ja komm eine runde noch einige wir sehen uns nach einer kurzen karte ja meine leute willkommen zur dritten runde und wir hätten das gleichzeitig machen müssen ich nicht ich bin ein sonderfall scheiße man warum habe ich jetzt so wenig fps ich gehe in die mitte ich habe so wenig fps vtf ok ich muss gehen ich habe irgendeine scheiß taste gedrückt und jetzt habe ich voll wenig fps 99 epic fail nein so ein versammter scheiß back das ist dass ich dass wir leider nicht premium sind und das die schießt immer um wie der protect urlang brauchen dass wir in die lobbies kommen also ja und es leckert voll warum das war gerade so scheiße schau mal wir sehen uns in der nächsten ja meine freunde willkommen zur eigentlich vierten ich weiß nicht ob ich die eine jetzt nehme aber ja also zur schon aufgenommen vierten aber noch nicht sicher dazu genommen vierten ja die wir die genommen die dritte wird nicht genommen ja eh ob gott es legt wieder warum was habe ich vorhin gedrückt dass ich so einen scheiß gemacht habe gib mir dein gold gib mir dein gold gib mir denn ja ich habe richtig abgesandt fick dich nein du bist ein hosen ist das ist so ein missgeburt alter das noch ein größerer missgeburt als als der missgeburt fucking logic egal wir sehen wenn timo stirbt oder sowas genau weil wieder ins finale kommt ja und ich schalte mal vielleicht extra weniger oder gar mein christ gut wir sehen uns gleich ich schon nicht dann nicht jung frei das war es für video ziemlich langes video die ist eigentlich gar nicht so lange ich glaube ich schätze es sind 18 minuten die letzten ja die werde ich natürlich beide unter der kategorie epic fail einstufen auf jeden fall ich glaube beide war nicht länger als 30 sekunden kürzer naja also mit dem countdown war schon lange ohne dem countdown gut dann ich hoffe ich hatte das video gefallen hoffe ich auch und wenn ja dann könnte es ja mit einem daumen hoch zeigen so mit einem daumen runter nee den gibt es nicht den gibt es dann dann würde ich sagen bis zum nächsten mal euer ja und nur kurze information kompakt hat die hat gewonnen gratuliere übrigens den kanal von ihm findet ihr in der beschreibung von diesem herrscht von diesem herrscht von diesem herrscht gut bis zum nächsten mal euer mr lp tschö